Wir haben gesehen, dass sich der Marktpreis als fallende Funktion der Anbieterzahl darstellen lässt. Außerdem wurde gezeigt, dass die Stückkosten mit der Zahl der Produzenten zunimmt. Nachdem wir beide Funktionen gemeinsam in das Diagramm eingetragen haben, können wir für jede beliebige Anzahl der Anbieter ablesen, welcher Stückgewinn sich auf dem Markt einstellt. Nehmen wir zum Beispiel an, es gebe fünf Anbieter von Notebooks. Da an dieser Stelle der Preis über den Stückkosten liegt, erzielen die Unternehmen Gewinne. Dies gilt natürlich für den gesamten Bereich, in dem die Preiskurve oberhalb der Stückkosten gerade verläuft. Würden sich dagegen 18 Hersteller auf dem Markt befinden, so würden diese Verluste erwirtschaften. Hier würden nämlich die Stückkosten um mehr als 100 Euro über dem Preis liegen. Der gesamte Bereich, in dem die Stückkosten gerade oberhalb der Preiskurve verläuft, kennzeichnet daher Marktkonstellationen, in denen eine hohe Anzahl an Anbietern zu Verlusten führt. Damit lassen sich anhand der Zahl der Anbieter kurzfristige Gleichgewichtspreise P-Stern identifizieren, unter denen es zu Gewinn oder Verlust für die Anbieter kommt. Im Schnittpunkt der beiden Funktionen, der bei genau zehn Herstellern liegt, wäre ein gewinnloser Zustand erreicht. Dieser Punkt stellt das langfristige Gleichgewicht dar. Solange nämlich Gewinn zu erzielen ist, werden neue Anbieter auf den Markt gelockt und deren Anzahl nimmt zu. Bei Verlust würden Produzenten aus dem Markt ausscheiden, die Anzahl geht zurück. Das langfristige Gleichgewicht ist also erreicht, wenn keine Gewinne mehr erzielt werden. Auf unserem Notebook-Markt hat sich dann die Zahl der Hersteller auf zehn eingependelt und der durchschnittliche Marktpreis von 300 Euro entspricht dabei den Durchschnittskosten.